Hallo Leute, hier ist der Tino. Ich befinde mich momentan in Mannheim, in unserem Studio-Bürokomplex. Ich wollte heute nochmal vorbeischauen, gucken, ob ich noch irgendwas helfen kann. Nächste Woche ist es ja schon soweit. Hannover erwartet uns. Ja, jetzt sind es nur noch wenige Tage, dann geht's los. Momentan gibt's noch so Kleinigkeiten zu klären. Was zieht die Band, die im Publikum Platz nimmt, an? Zieht da jeder an, was er will? Oder gibt's so ein Dresscode? Solche Sachen werden jetzt heute noch besprochen. Ja, und dann ist Wochenende. Dann können wir uns nochmal relaxen. Und dann ist es schon soweit. Nächste Woche zählen wir auf euch. Wir sind am Start. Ich hoffe ihr auch. Bis dann. Ich muss raus jetzt. Euer Tino. Tschüss. Dafürredictommen, noch ein Besuch. Ich verset mich. Ich verset mich. Ich verset mich.